Cannot comply! Was hat der gesagt? Da müssen wir leider auf die schießen. Wo ist der? Oben an Wagen. Dann schießt, wenn ihr die seht. Ja, ich seh ihn, also ich kann... Dann töte ihn! Oder sagt zuerst, die sollen verschwinden, sonst schießen wir. Ich konnte den Zug umlaufen, Alter. Ich bin mal gespannt, was in den Koffern drin ist, aber ich will da jetzt nicht hoch. Wo ist denn der andere Wagen hingefahren? Ach, da hinten ist er. Der steht da hinten, ja. Ich glaub, der geht um die Mauer rum. Auf mich wird geschossen. Ich bin tot. Wir sehen. Er ist tot. Das waren die beiden, ne? Waren das noch mehr? Ne, ich glaub nur die beiden. Dann lass uns weiter... Das war der, mit dem wir die Fahrt... Kann einer reparieren? Kann einer reparieren? Kann einer reparieren? Die haben noch Koppkaren. Ja, genau. Lass uns mit den Koppkaren abbauen. Bin ja nur gespannt, was in den... Oh, hier liegen die Waffen. Mal aufgehoben. Haben die gute Waffen? Oh, der hat nen Taser, Yellow. Taser. Lernglas. Ich kann erstmal übel zuten. Uniform. Kann man anziehen von der Polizei. Ja, aber ich muss gleich wieder respawn klicken. Die haben nämlich Militär-Rucksäcke. Die sind ja nicht größer. Alter, die kann man ja komplett auslooten. Ich nehm erstmal die... Weißt du, dass noch viel geiler ist? Die Karis Hopfen! Kommt! Kann mich vielleicht irgendwie jemand wiederbeleben oder sowas? Der geht ja leider nicht. Ein Ernst! Ja, komm! Nimm die Geisel und los! Willst du noch was sehen? Was denn? Ja, jetzt nimm die Geisel und los hier. Ich hab die komplett ausgezogen. Wo ist die Geisel? Ja, Leute, ist die Geisel weg? Na, Auto schätze ich man, ne? Nein, das Auto ist leer. Ja, den hat er ausgelockt oder ist weg? Ja, den hat er ausgelockt oder ist weg? Ja, mach! Ja, nur kann das Zeug jemand, äh... Jemand das Zeug von mir aufheben. Wir sollten weg hier, Toni. Ist die Karre offen? Ähm... Natürlich! Ja, dann komm weg hier mit den Kernen. Zwei Koppkernen auf einmal. Boah, wie er sich anhört, geil, Alter! Hey! Code 2! Wo soll ich spawnen? Äh... Wo soll ich hier? Also ich spawn in Verrezino. Weißt du vor allem, was ich nicht verstehe? Warum die sich nicht darauf eingelassen haben? Keine Ahnung. Der ist jetzt so... Na, ich geh nochmal schnell rein rauchen. Bis gleich. Ja, lass mal erstmal irgendwo in den Wald. Ich muss so bitte auf Toilette. Du brauchst einen Donnerbalken, oder was? Was? Wie mach ich denn die Alarmanlage aus hier? Dürft L oder so? Ey, komm mal nirgends wo hoch! Indus ist noch ein Polizeiauto! In Ernst? Guck dir das jetzt hin, oder was? Leider sind Zivilist! Bin's ehrlich? Komm, weg hier! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Das ist, glaub ich, kein Zivilist. Der heißt NATO. Bestimmt irgendwie... Eben hier links vom Sirene. Boah! Einfach! Fahr, fahr, fahr! Fahr, fahr, fahr! Das ist rings Switch. Durch das sind die Reale transformiert. Die Reale transformiert. Lと思います eigentlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein! Das ist nicht... Nein! Du hast mich gerampft und getötet! Nein! Alter, die Tränen, ey! Da sind noch mehr Cops, die schießen auf mich! Ich ergebe mich! Oder auch nicht! Ach, hier darf man sich also wieder ins Geschick! Ach, hier darf man sich also wieder ins Geschick!